Heute zeige ich euch die inzwischen vierte farbige 20-Euro-Münze der Bundesrepublik Deutschland zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Kinderhilfswerks. Das Deutsche Kinderhilfswerk ist ein eingetragener Verein, also mit dem Kürzel e.V., wurde gegründet am 17. Februar 1972 in München und setzt sich für die Kinderrechte in Deutschland ein, deren Verbreitung und deren Durchsetzung. Die nun ausgegebene 20-Euro-Münze zeigt das Logo des Deutschen Kinderhilfswerks. Sie wurde am 12. Mai 2022 ausgegeben. Die Künstlerin der Münze ist Susanne Jünger aus Berlin. Die Münze hat ein Gewicht von 18 Gramm, besteht dabei aus 925er Stirlingsilber mit einem Feingewicht von 16,65 Gramm. Der Durchmesser beträgt 32,5 Millimeter. Passend zur Gründung des Deutschen Kinderhilfswerks wurde diese Münze ebenfalls in München geprägt und trägt somit das Münzzeichen D. Somit haben wir jetzt die dritte 20-Euro-Münze des Jahres vor uns und man merkt, es geht sehr straff auf die Jahresmitte zu. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!